Jeder kennt sie, die berühmteste Puppe der Welt. Nach etlichen Anläufen gibt es nun einen Kinofilm, der sich der Spielzeugberühmtheit widmet. Doch Greta Gerwig auf dem Regiestuhl verspricht, dass die Annäherung an das Thema anders als erwartet sein wird. Entmystifizierung, Hommage oder doch Abrechnung mit einem Kult? Was ist Barbie jetzt ganz genau geworden? Die Antwort, die folgt jetzt. Zur Handlung. Die stereotypische Barbie, gespielt von Margot Robbie, lebt natürlich in Barbie-Land. Alles ist perfekt, alles ist pink, solange man sich eben an die Regeln hält. Margot Robbys Barbie ist allerdings nicht die einzige Barbie, aber eine der einflussreichsten im Land und sie wird vom platinblonden Schönling Ken, gespielt von Ryan Gosling, absolut angehimmelt. Dann aber beschleichen sie plötzlich immer wieder Gedanken an den Tod. Ein absolutes No-Go in Barbie-Land, wo doch jeder Tag einfach nur perfekt sein sollte. Ihre einzige Hoffnung ist die seltsame Barbie, gespielt von Kate McKinnon, die außerhalb des Barbie-Lands ein Einsiedler-Dasein führt. Diese offenbart ihr, dass der Ursprung ihres merkwürdigen Verhaltens in der echten Welt zu finden ist. Nun muss sie die Person aufspüren, die mit ihr spielt. Also brechen Barbie und Ken gemeinsam in die Realität auf. Doch Überraschung, hier gelten plötzlich ganz andere Regeln als in Barbie-Land. Während Barbie sich den neuen Herausforderungen stellt und dabei mehr als einmal mit dem Gesetz in Konflikt kommt, entdeckt Ken das Patriarchat für sich. Ganz klar, viele konnten sich, als erste Informationen zu diesem Film durchsickerten, nicht wirklich eine Vorstellung davon machen, wie die Handschrift, die Ambition und die Stoffauswahl von Greta Gerwig, die mit Lady Bird und Little Women in eine ganz andere Kehrbeschlug, eigentlich zusammenpassen sollen. Doch die Regisseurin hat mit Barbie etwas geschafft, was wohl kaum jemand erwartet hat. Denn eines kann man, selbst wenn man mit dem schrillen Ansatz und dem eigenwilligen Meta-Humor nichts anzufangen weiß, der Verfilmung nicht unterstellen, einen Mangel an Kreativität und Mut. Barbie als Puppe war bei ihrer Veröffentlichung im Jahr 1959 tatsächlich progressiv. Dann kamen immer mal wieder Wellen politischer Einflüsse, die mit Kritik einhergingen, sei es am vermittelten Körperbild oder der Tatsache, dass die Puppe auch immer ein Konsumprodukt blieb. Ganz egal, wie sehr man versuchte, über sie Botschaften zu vermitteln. All dessen ist sich Regisseurin Gerwig bewusst, all dies thematisiert sie in ihrem Film. Doch Barbie tut dies auf eine Art und Weise, die intelligenter nicht gewählt sein könnte. Oberflächlich betrachtet ist vieles extrem plump, die Message on the Nose, die Kritikpunkte, beispielsweise in Bezug auf das Patriarchat, plakativ, wenig subtil und vorhersehbar. Man kann diese so abstempeln, würde aber dann mindestens die zweite und dritte Ebene, die vielen Szenen und Gags innewohnt, unter den Teppich kehren. Denn ungeachtet dessen, dass man überhaupt erstmal schaffen muss, einen Barbie-Film zu kreieren, der zur Diskussion anregt und Denkanstöße liefert, ist es die Ambivalenz in den Botschaften, die dem Gesamtkonstrukt innewohnt und die diesen Film zur wohl größten Überraschung des Kinojahres 2023 machen dürfte. Schon die Eröffnungsszene als Anspielung auf Stanley Kubricks 2001 A Space Odyssey stellt klar, dass Gerwig als ein sich durchziehendes Stilmittel auserkoren hat, sich innerhalb der knappen zwei Stunden auch quer durch die Filmgeschichte zu zitieren. Da steckt dann mal etwas von Matrix drinnen, während die Prämisse auch an den recht neuen Free Guy oder natürlich Truman Show erinnern mag. Mit diesen Referenzen wendet sich der Film selbstredend dann an das erwachsene, typische Arthaus-Publikum, das Gerwig mit ihren Werken doch sonst so anspricht. Doch die Filmemacherin hat es nicht versäumt, sich dessen bewusst zu sein, dass die Puppen auch heute noch für Mädchen weltweit als Spielzeuge fungieren und damit mit Sicherheit auch etliche Kinder in den Film gehen werden, die die Metaebene hier nicht verstehen dürften. Die Grundbotschaft hingegen, die ist so geschickt formuliert, dass auch die Mädchen unter zehn Jahren etwas mitnehmen dürften. Die Eltern der jungen Barbie-Fans hingegen, die bereits selbst vor 30 Jahren mit dem Mattel-Klassiker gespielt haben, dürften sich freuen, dass auch die Geschichte des Spielzeugs smart mit einbezogen wird, überwiegend für kurze, aber wirklich wirksame Gags. Was ebenfalls generationenübergreifend funktioniert, jeder Zuschauer und jede Zuschauerin wird mindestens einen, wahrscheinlich sogar eine Handvoll an Ohrwürmern mit aus dem Kino nach Hause nehmen. Man könnte Barbie sogar als Musical durchgehen lassen, mit eingängigen, aber immer wahnsinnig pointierten Songs, die in herausragenden Choreografien vermittelt werden, bei denen sämtliche Stars ihr Können unter Beweis stellen dürfen. Und so ist es wohl wenig überraschend, dass man dann doch erstaunlich viel Schauspiel erwarten darf. Denn die Herausforderung, in diesen größtenteils karikaturesken Stereotypen-Rollen nicht zu Lachnummern zu verkommen, die war groß. Die Diversität im Cast unterstreicht eine der zentralen Botschaften, ohne zu sehr in den Vordergrund gerückt zu werden. Aber wie beispielsweise Gosling es schafft, in dieser Rolle nicht aus der Rolle zu fallen, verdient genauso Respekt wie das Spiel sämtlicher Barbie-Versionen, allen voran natürlich Hauptdarstellerin Margot Robbie. Die Harlequin-Darstellerin spielt bewusst mit ihrem Image und setzt es genau so ein, dass die gewünschte Wirkung erzielt wird. Ja, natürlich sind alle Performances hier komplett drüber, aber dies war eben der Ansatz, den Goehrig gewählt hat, um einen Barbie-Film zu machen, der etwas zu sagen hat. Die Handlung per se ist dabei nur Mittel zum Zweck, zwischen den Zeilen liegen hier die Stärken. Trotzdem muss man noch positiv herausstellen, dass es ein weiterer gelungener Einfall von Goehrig war, die Barbie-Erfinderin so hier quasi wiederzubeleben, wie sie es getan hat. Rhea Perlman sei dafür auch ausdrücklich gelobt. Und Lob verdient zum Abschluss auch der Look von Barbie. Insbesondere die Optik des Barbie-Lands ist ebenfalls voll mit Anspielungen und visuellen Gags, die dafür sorgen, dass der Film nahezu keinen Witze-Lehrlauf hat. Viele Sprüche werden demnächst die Meme-Kultur prägen, einzelne Szenen werden out of context noch in vielen Jahren im popkulturellen Gedächtnis präsent sein und gerade, dass gewisse Botschaften auch mehrdeutig verstanden werden können, macht dieses Werk ad hoc zu einem Kultfilm, denn genau darin liegt die entscheidende Message am Ende. Weder die eine noch die andere Welt ist der Perfektion nahe, denn nur die ständige Selbstreflexion und das Adaptieren des Zeitgeists führen zur Einsicht, dass es nur mit und eben nicht gegeneinander nach vorne gehen kann. Wir fassen zusammen unser Fazit zu Barbie. Barbie ist wohl der Beweis, dass, wenn etwas komplett unerwartete Wege geht, der Impact wesentlich größer sein kann. Denn zugegeben, wer hätte gedacht, dass ein Film über das Klischee-Spielzeug schlechthin zu so einer zeitgemäßen Abrechnung mit antiquierten und modernen Geschlechterrollen und dem Status Quo der Popkultur sein kann. Das perfekte Casting, die enorme Gag-Dichte, die Ohrwürmer, der schon jetzt ikonische Look und die Kurzweiligkeit machen Greta Gerwigs poppigen Ausflug in die pinke Parallelwelt zum Instant Classic. Barbie ist am 20. Juli in den deutschen Kinos gestartet und wir vergeben 4,5 von 5 Toastscheiben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017